Hallo ihr lieben Zuschauer, ich habe für euch einige Gruppen erstellt. Jeder darf eintreten, der wirklich will, der was am laufernden bleiben will bei meinen Videos auf meinem Kanal. Jeder ist herzlich willkommen auf meinen schönen Gruppen. Auf Telegram sind die Gruppen verfügbar für euch. Aber nur wer freiwillig will, soll eintreten. Es soll keine Pflichtgruppe werden, sondern nur Spaßgruppen. Viel Vergnügen auf meine Gruppen und auf meinen schönen YouTube Kanal, wo es Technikvideos gibt, aber auch andere Videos.